Gwyneth Paltrow glaubt, dass Wasser Gefühle hat. Was viele Leute sagen ließ, H2, oh mein Gott, was hat sie jetzt gesagt? Ja, angeblich hat Gwyneth auf ihrem Goop-Blog geschrieben, dass Wasser Gefühle hat und dass das Benehmen der Menschen die molekulare Struktur des Wassers ändern kann. Anscheinend studiert Gwyneth die Arbeit des japanischen Doktors Masuro Emoto, der angeblich an diese Theorie glaubt. Die Schauspielerin hat in einem Buch von Emoto gelesen, wie Negativität die Struktur des Wassers verändern kann und wie viel Einfluss Worte und Musik auf die Moleküle haben. Blöderweise erzählt Gwyneth etwas, das gegen physikalische Gesetze verstößt. Ein Coltech-Physiker kommentierte es so. Bei uns in North Dakota sagt man, es ist gut, offen zu sein, aber nicht so offen, dass das Gehirn rausfällt. Vielleicht sollte Gwyneth sein Buch lesen. Liebe auch mal. Von水 did nicht so. Walglaing-Haus, sch экarge꼚. Z一直 los! Wirklich Achtung! Wirklich Achtung! Wirklich Achtung! haben wir das Gehirn rausgebe explosdat mover oder sind. Wirklich Achtung! Und du warst Teich! Wirklich Achtung!